So, der erste Baby ist da, ein Junge. Kommt vielleicht schon das nächste Baby. Florell presst wieder fein. Prima machst du das Mäuschen. Ganz fein. Ganz eine feine Maus. Ja, prima. Ganz feine Maus. 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 Guck mal. Guck mal Maus. Guck mal Maus. Guck mal Maus. Guck mal Maus. Ein schönes Mädchen. Ja, fein. Prima. Prima hast du das gemacht, mein Schatz. Ja, feine Maus. Ganz eine feine. Guck mal. So ein schönes Mädchen. Ja. Super. Ach, das ist doch so schön. Guck mal, wie klein wir sind. Prima. Kippo ist auch da. Füßchen. Alle Zehen. Zwei, drei, vier. Jawohl. Vorne sind sie auch alle dran. Prima. So, jetzt tun wir die Kleine mal in die Zutze. So, das ist wichtig, ne? Trinken müssen sie. So, jetzt haben wir ungefähr 2.37 Uhr. Zwei Babys sind schon da. Ach, Mausi, hast du das so schön gemacht. Du gute Mausi. So, jetzt gib Mama dir mal was zu trinken, ne? Ja. So. Und du kommst auch mal hier, du kleckst das jetzt nicht da. Reinhalt, mess mal. Hier ist, jetzt hat die Zutze. So. Wo sind wir denn? Da. Ne, das schnallt er jetzt nicht. Darüber drehen muss ich mal. Oh ja, dann. Dann frabbel weiter. So. Du gute Mausi. Das hast du fein gemacht. So. So, ne gute Mama. Da bin ich froh. Mhm. Meine kleine Mausi. So. So, jetzt kommt noch ein Baby. Kannst du sehen. So. 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 Da sieht man wie es sich bewegt in der Blase. Das Steißlageschwänzechen zuerst. Da ist ein Füßchen. So, jetzt muss ich wieder helfen. So, da haben wir das Baby. Jetzt müssen wir das erstmal sauber machen. So, jetzt müssen wir das mal sauber machen. Ein Mädchen. Ein schönes Mädchen. Guck. Da ist dein Baby. Ja. Sag Hallo. Sag Hallo. Ein schönes Mädchen. Ja. Komm mal hier. So, jetzt tun wir das mal ein bisschen zuz. Zum Trinken. Du bist schlau. Du kommst auf deine Mutter. Verfressen. Sehr gut. Und wo ist der Junge? Der ist schon wieder hier rummarschiert. Da soll der doch nicht hin. So. Drei Welpen sind da. Alles soweit gut. Jetzt wieder ein Junge. Hier. Junge Nummer vier. Ja. Ja. Das ist ein bisschen zuzündig. Das ist ein bisschen zuzündig. Und hier. Ja. 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 Hallo? Hallo? Hier ist noch ein Rüder, Welbe Nummer 4. Ganz eine feine Maul, die Florelle. е Florelle. Da. Haar. Amen. 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 Een meedje. Een meedje. Een meedje is nog gekomen. Een kleine florelle. Ja. Jetzt bist du müde. Jetzt bist du eine Mama. Hier sind sie. Eine neue Familie. Ich bin total glücklich. Alles sieht soweit auf den ersten Blick gut aus. Sie sind verfressen. Wie die Mutter. Schön kräftig. Was will man mehr. Ja. So, jetzt lassen wir die Mama sich ein bisschen Haus holen. So, jetzt lassen wir die Mama sich ein bisschen Haus holen.